Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. So, weiter geht's. Wir sind immer noch hier in dem Eistempel gefangen und hier ist auch schon wieder der Zwerg. Aber ich habe nicht so viel gesammelt seit letztes Mal, wo ich bei ihm war. Also lassen wir das jetzt mal und machen jetzt ganz normal weiter. Und schauen wir doch mal, was uns jetzt hier erledigt. Vorhin hat er übrigens dort unten epische Kämpfe, muss ich sagen. Heftig. Aber es ging ja nicht ganz gut. Man merkt schon, dass Quartus stärker wird. Und die Angriffe auch viel, viel effizienter werden. Okay, da müssen wir ranhüpfen. So, drunter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier jetzt gleich ein Bosskampf stattfindet, weil es doch ein ziemlich großes Areal ist. Unten liegt schon extrem viel an Heilung. Wir lassen uns einfach überraschen jetzt. Beeilung. Wir schnappen uns ein Stück des Meißels, bevor sie etwas bemerken. Oh, du Scheiße. Oh, du Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Junge. Ergib dich. Der Allfather verlangt es. Nein. Oh, oh. Nede ist wieder Baldur. Ach du Heilige. Gut. Dies ist mein Kampf. Geh. Oh mein Gott. Na, wo willst du denn hin? Oh nein, Bruder. Der kleine hier hat einen Bogen. Was tun wir jetzt bloß? Hahaha. Sag mir was ich. Chang mir was. Oh, Gott. . Ich habe das wie leuchtet. Hahaha. Guck mal. Guck mal. Ja, komm. Alter, schmähle. Alter, guck der mir noch. Alter, guck der mir noch. Namedine cicluide. 굉장히 krä хочет. Alter! 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 Vert 만들 mat! Bleib hinter mir, Junge. Warum verfolgt ihr uns? Was will Odin? Ein, ein. Komme hier. Papa hätte jetzt nicht mehr die Hand. Halt die Klappe! Nenn mich nicht so! Unfassbar, dass du so lange überlebt hast. Diesen Türen herrschen können kaum den Boden. Die Klappe heißt es! Beruhige dich, Junge. Ich übernehme den Knirps. Bende es aus. Konzentrier dich. Was? Reiß dich zusammen. Ja. 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 Das ist... Wie, wie läuft jetzt mit einen Taktischen Rückzug? Schmack! Schmack! Oh nein! Der hat einen Sohn! Damit du heals mich Sie hatten. das hat irgendwie energie Was ist das? Junge, konzentriere dich! Halt die Klappe, du Dreckskerl! Atreos! Die Pfeife sind glücklich, aber nicht. Die Pfeife sind glücklich, wird nicht drin. Die Pfeife sind glücklich, denn die Pfeife ist glücklich! Die Pfeife sind glücklich, der sie nicht mehr zu schreien. Die Pfeife ist glücklich, mit dem sie nicht mehr zu schreien. Halt die Pfeife! Alter. 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 Ich muss schauen, dass ich die gleichzeitig praktisch auf Null kriege. Okay. Boah, heftig. So schwer sind sie nicht. Wie haben sie denn jetzt? Alter. Der All der All Das war's für heute. 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 Der Junge ist krank. Er braucht Freier. Nein! Ruhe euch. Es geht schon. Sehr gut, Kleiner. Geiler Kampf auf jeden Fall. Boah. Mir geht's gut, siehst du? Wir sollten ihn im Auge behalten. Unmögliches Material, dem die in Zorn der Flammen und die Härte des Eisens innewohnen. Sie wird durch mächtige Kämpfe erzeugt. Damit kann die Levitan-Axt verbessert werden. Okay. Leibträuer Legierung. Von Blitz überzogenes Material verwandt von Thors Familie dient zur Verbesserung von knäufende Schock-Schadenseffekten. gefunden in Schatzkarten verstecken. Der Meißel des Riesen. Boah. Und hier gibt's schon wieder so ne komische... Wo die hier reinkommen. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Ne. Da kommen wir nicht durch. Okay. Wir sind voll von der Energie. Und dann holen wir uns doch mal diesen blöden Kno... äh... Meißel. Ne. 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 Ah, okay. Sehr, sehr geil. Kein bisschen rangniedrig. Das wird man in Asgard nicht gut aufnehmen. Ich habe uns verteidigt. Sonst nichts. Ich fürchte kein Urteil. Ein Urteil? Nein. Aber Vergeltung ist eine Möglichkeit. Seit wann kann man einen Gott töten? Das würde ich aber schon noch. Die Dinger hier machen. Die ruhen. Wir müssen vielleicht hier hoch. Okay. Der hustet auch schon die ganze Zeit. Da müssen ja irgendwo die anderen Runen auch noch sein. Aha, da ist eine. Jetzt fehlt es noch eine. Die wollte ich schon noch finden. Ist die vielleicht hier irgendwo drinnen? Sieht nicht so aus. Irgendwo wird die aber sein. Okay, schauen wir doch mal hoch. Die muss ja eher irgendwo sein. Da ist er schon wieder. Ah, da ist er. Oh, die Kiste auf. Kiste looten. Ein Splitter eines Hellgletschers. Mit ihm kann der Tat, dass man nur eine Stürmer verbessert werden. Mit ihm kann der Tat, dass man nur unendlich ein Stürmer verbessert werden. Okay. Okay. Sehr schön. Das läuft. Talisman. Ähm. Ist das der Axtknopf? Okay. Da haben wir noch gar nichts drin. Talisman der unendlichen Stürmer. Okay, haben wir nicht. Okay. Okay. Also, das ist das. Und in der Tat, wo wir das. Und in der Tat im Haus sind. Und das ist das. Okay. Also, das ist etwas für Sie. Und das ist das. Und das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. Überall die schwellende Glut. Nicht vergessen, immer Hände waschen. Brandschadenresistenz. Und das mal rein. Und hier haben wir was drin. Aber hier haben wir nichts drin. Und das mal hier rein, so ein Bruder betrogen. Okay. Die haben wir mitgenommen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch wieder raus zum Boot. Jetzt haben wir ja nämlich den Meißel und können jetzt natürlich die Türen hier öffnen. Ich glaube, dem Jungen geht's nicht so gut. Mir geht's gut. Wenn das so ist, alter Schritt. Endlich können wir die Türen öffnen. Aber sind das nur Shortcuts? Hey. Oh, das ist jetzt auch. Hast du dich gemerkt? Magni ist nicht zurückgekommen. Das ist interessant. Ich weiß, dass die Asen allein nach Valhall finden. Kein Valkyrengeleit, keine Abfertigung an den Türen Helheims. Das könnte bedeutsam sein. Okay. Okay. Die ist zu. Wollen wir aber aufmachen. Hier brauchen wir... Ah, okay. Aber wie können wir... Wir müssen da oben irgendwas hinwerfen. Und da, aber schon. Ah, da sind wir runtergefallen. Okay. Unbedingt da. Jetzt wollen wir erstmal die Kiste aufhinden. Die Kistekisten. Hier. Untertitelung. Oh, nie, oder? Okay. Weltenstaub. Sehr schön. So, hier haben wir alles gelootet. Gibt's hier noch was? Nee. Da, wir sind wieder an der Hand des Riesen. Was? Was ist das hier? Die Fischer brachten den Tagesfang in diesen Hafen und über diese Vorrichtung gelangte ein Teil davon direkt in die Hauptküche des Jarls. Der Rest wurde sortiert und verkauft. Unter dem Daumen ist ein Ausgang. Finde einen Weg dorthin. Da ist ein Durchlass. Das schaffe ich. Das ist ein Weg zum Ausgang. Auf der anderen Seite. Naja, hört sich gar nicht so gut an eigentlich. Okay, ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, wir müssen ja zum Boot. Schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest und wenn du mir natürlich ein bisschen Feedback gibst, würde ich mich auch sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020